Come on! Push! 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 Der Test heisst Muskelleistungsdiagnostik. Wir testen hier die Maximalkraft der Beine und die Explosivkraft. Diesen Test führen wir dreimal im Jahr durch mit der Skikos-Nationalmannschaft. Das heisst im Mai, im August und im November. Wir haben immer drei Monate Training dazwischen, so dass wir immer die Fortschritte in der Vorbereitung der Wintersaison ansehen können. Come on! Come on! Weck! Weck! Push! 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 Push!